Hallo, ich bin Sophie und wir sind der LG Oberthurgau. Wir sind zwei kleine Vereine aus dem Thurgau, Amosville Athletics und der Lobbischofzell. Was uns ausmacht, ist, dass wir ein kleiner Verein sind, werden wir oft bei Team Aless durch ehemalige Athleten unterstützt. Solche, die schon von langer Zeit aufgehört haben oder die sogar schon im Ausland wohnen, kommen immer wieder zurück und unterstützen uns, um gute Leistung herzubringen. Was uns auch noch ausmacht, sind unsere farbigen Socken, die uns bei jedem Team Aless begleiten. Die haben ganz viele verschiedene farbige Motive drauf, wie Schmetterling, Donuts oder Ananas. Die sind für uns da, um uns gegen aussen abgrenzen, also den Teamgeist zu fördern und dass wir speziell noch auffallen. Amka, Sautaschland! Amka, Sautaschland! Amka, Sautaschland! Amka, Sautaschland! Amka, Sautaschland! Auchkollinsalage • Ok komm 30-40 pputer Wo��